Herr sei mir gnädig, denn mir ist Angst, bittet der Beter vom Psalm 31. Das zweite Wort, das ausgelost worden ist für den heutigen 2. Dezember, Samstag, steht im Matthäusevangelium im Kapitel 8 aus der Stillung des Sturms. Als die Jünger weckten Jesus auf und sprachen, Herr, hilf, wir verderben. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer und es ward eine große Stille. Herr, unsere Not ist deine Zeit und mag uns immer grauen, du bist der Herr und bist nicht weit und hilfst, wenn wir vertrauen. Arno Pötzsch Und schon seinen guten 2. Dezimmertag, morgen wird der erste Adventsonntag sein. Eine gute Zeit.